Ja, Moinsinn! Do, dann wollen wir heute mal wieder ein bisschen Far Cry spielen. Äh, nicht wundern, dass ich jetzt hier bin, aber das hat da, wo wir letztens aufhört, hat nicht gespeichert und deshalb müssen wir jetzt noch mal da hinlaufen, aber das war ja nicht so weit, außer dass da tausend Gegner waren, aber wir wollen mal hier so lang gucken, was hier so ist und so. Diesmal nämlich kein Auto. Ui, 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 zack, da sind wir. Das werden wir aber mal ganz fix hier hinten langlaufen, weil wir wissen ja nun schon, dass da vorne so ein paar Gegners rumlaufen. So eine Bösen. Jedenfalls soll man irgendwie zu dir im Waffenlager und da so ein bisschen Stunk machen, so alles kaputt machen und so. Und dann freuen wir uns alle. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Das wird immer noch ein paar Pflanzen mit dir. Hier oben soll eine Kiste sein. Da unten brummt irgendwas. Ui. Da laufen welche. Okay, dann gehen wir mal nicht zur Kiste. Was quietscht denn da so? Ein Tapir. Was quietscht du denn so? Ich mach doch gar nix. Guck mal hier zum Onkel. Dann nicht. Geh halt weg. Ich bin ja gar nicht so. Ich glaube, dieses Zwischen könnte eine Schlange sein. Boah, wartet hier alles für Tiere. Ist ja mal schlimm. Komodowaran! Vorsicht! Komodowaran! Da ticken die jetzt so aus. Oh mein Gott. Wie einer kleinen, dicken Eidechse. Und hörst du zu quietschen, ja. Meine Güte. Wie einer kleinen, dicken Eidechse. So, ich muss mal ein bisschen lauter reden, weil das viel so laut ist hier. Ticken diese aus. So. Das war das, was ich sagen wollte. Immer schön nach links und rechts gucken an der Straße. Oh, das hört sich auch nicht an. Okay, wir rennen mal weiter. Das hört sich ganz gefährlich an. Wuiiii! Ah, bloß schnell weg! Sieht man, was es war? Nö, ich seh nix. Komme ich jetzt hier hoch? Komme ich hier hoch? Hallo? so mal gucken wie weit das noch ist aber ich würde mal sagen wollen wir erst den turm wieder machen sind wir beide auf der karte drauf hier brummt irgendwas wo sind sie vorneweg ok zum tüten zum tüten was ist denn nun schon wieder überall brumm ziehe und ich wollte gerade auch dicker ochse hier ist nichts weiter keine kisten kann ich kein gar nichts hier ist auch mal so ein ochse er fahrt ruhig weg so denken sie immer schon bei dem punkt wo wir hin müssen und da um setto ich würde mal behaupten wir machen erst den turm und denn das lager der noch muss nämlich hinter uns also ja wie löwe noch ein weiter wir haben ja nicht ewig zeit kommt man sich schon fast vor wie berg wird der grüne bär das sind sicker Ach ne, ich wollte ja da hoch Hopps, mal rüber Komm ich hier hoch? Wenn ich so ganz langsam laufe? Och man Immer muss man den langen Weg gehen Ich will doch wo so ein Turm hoch Was ist denn das Problem? So, hier sind ein paar Blümchen So, jetzt wollen wir mal gucken, wie ich hier hochkomme Hallo, geh doch mal hin da Hier ist wieder Oh, meine Güte ey Was ist da, wenn so schwer ist, eine Leite hochzugehen? Oh, eine Treppe, was ist, Alter? Hier können wir wieder klettern Äh Zack So, irgendwie Da hinten Komm ich da hinten hin? Juppa Komischerweise kann man ja nur da klettern, wo sowas runterhängt, ne? Komisch Komisch So, kilometerweit wieder hoch Na, 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 na So, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier Wo müssen wir jetzt hin? Hier machen wir jetzt mal Kiste auf Oh, sag mal Fackelt der Turm so? Oder bin ich das? Alter Ganz schön windig So Das war der dritte Oder war es schon der vierte? Ich weiß es gar nicht mehr Ne, ich glaube der dritte, ne? Oder vierte? Keine Ahnung Keine Ahnung Ich weiß es nicht mehr Was stockt denn jetzt hier so? Haufen rote Blümchen da unten Wir müssen aber in diese Richtung Oh, 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 oh Gratis Scharfspitzen hier Da wäre ich wertverrückt Können wir mal ein bisschen rutschen Ja, genau da ist ein Gegner gewesen Ist klar Ja, so ein Scheiß ist das heiß Nice Oh, mal kurz ein bisschen ducken So, also da hinten müssen wir hin Da ist ein Gegner Da ist einer Da ist einer Ah, das können wir ja alle sein Irgendwo noch jemand ohne Fahrschein Wir können mal ein bisschen weiter ran pürschen Pürschi pürschi Oha Das finde ich jetzt nicht teuer Dass man jetzt hier nicht mehr runterkommt Und so einfach Das ist eh keihhaft Ich muss ja ständig irgendwo einen Weg suchen Boah, das kann doch jetzt nicht durch So wacke, so rucke, nee Wie komme ich jetzt hier am schnellsten runter? Da ist die Hütte wieder Und dann müssen wir noch da so Da so, so so nur noch drei gegner so dann verstecken wir uns ganz kurz hier und dann haben wir noch mal die ganze lage ja das könnte ich bloß drei gegner sein da sind noch zwei da noch einer da ist noch einer ja da ich doch das wird doch lustig na gut da sind es halt ein paar mehr ich habe keine lust auf den scheiß ich weiß nicht wie muss machen ob wir jetzt muss eigentlich bricht ich doch bloß da zum lager hin schleichen das kaputt machen auch nicht was ist denn unsere aufgabe handbuch steht da nicht irgendwas drin was wir machen müssen wo stand doch das weiß ich das falsch ist egal jetzt ich jetzt darüber ich habe jetzt dicke hier so 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 einmal die kiste auf wir machen ganz kurz pause und dann geht es auch gleich weiter weil vierte stunde ist vorbei wisst ihr okay dann sage ich mal tschüss bis denn dann